Ihr wollt ein Wettrennen in LLS, starten, gemeinsam multiplieren mit anderen und wolltet immer mit der Standardgeschwindigkeit laufen, dann ist das der Mod, den ihr sucht. Und zwar mit der Taste 4 läuft er ein bisschen schneller. Mit der Taste 5 noch ein bisschen schneller. Mit der Taste 6 fliegen wir schon. Was? Wenn man mal so C sagen möchte. Ihr seht das, blub, blub, blub. Und man kommt schön von A nach B. Also eine gute Alternative zum Teleporter-Mod, den ich auch schon vorgestellt habe. Aber so kann man einfach mal schnell von A nach B zukommen. Wir sind jetzt hier, wenn wir jetzt mal den Highway entlang... Ups. Ja, den Highway entlang laufen, würde ich sagen. So, hier. Bom, stehen wir an. Und hier entlang. Und hier sind die ganzen Highway entlang gelaufen, wo man hier so etwas länger brauchen würde. Um wieder Standardgeschwindigkeit zu haben, muss man die Taste 0 drücken. Also wie gesagt, Taste 4 etwas schneller. Taste 5 noch etwas schneller. Und Taste 6 extrem schnell. Taste 0 wieder zurückgesetzt. Das möchte ich jetzt mal testen, ob das auch mit der Schlepper eventuell funktioniert. Hört mir. Okay, er hat keine Auswirkungen auf den Schlepper, das wollte ich noch testen. Also, es hat nur Auswirkungen auf den Spieler. Okay. Also, wenn ihr mal einen Marathon machen wollt, nehmt den Wort, dann geht's einfacher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020